Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Fortnite, aber ich spiele das nicht ein ganzes Spiel, denn nämlich, wollte ich was sagen, es wird nämlich kein Minecraft mehr auf dem PC, auf dem Handy kommen, sondern nur noch Minecraft auf der PS4 mit meinem Freund, der ist der rote Hacker und ja, ist auch dabei halt. Und, ähm, ich wünsche mir, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, schickt euch das nächste Video aus. So. Und danke Leute, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video wieder. Tschüss.